Das sind die Temperaturkontraste am Dienstagnachmittag. Im Osten schwülwarme Luft, fast bis 30 Grad, im Westen richtig kühl, teilweise noch nicht mal 15 Grad. Ursache für diesen markanten Kontrast ist eine Kaltfront, die sich von West nach Ost ausbreitet und sich am Dienstagnachmittag in etwa im Übergangsbereich kalt zu warm befindet. Bereits am Vormittag beginnt es im Westen zu regnen, im Tagesverlauf breitet sich der Regen dann über die Mitte bis nach Osten aus. Am längsten trocken und sonnig bleibt es Richtung Elbe. Während es in der bereits kühleren Luft im Westen mehr oder weniger stark regnet, können sich im warmen Süden und Südosten des Landes nachmittags zum Teil kräftige Gewitter entwickeln. Neben Starkregen besteht im Süden und Südosten am Dienstag auch die Gefahr von Sturmböen und Hagel. Wo genau die Unwetter auftreten und wie stark diese ausfallen, kann nur kurzfristig vorhergesagt werden.